Der war hier auch schon mal 2. 2012 war das... Also, die Erfahrung, dass Kölner dann auf jeden Fall 125 Meter braucht er. Ich glaube, in der rechten Unklaube... Ja, aber da locker drüber, 2. Durchgang ist garantiert. Stark, der beste Sprung vom Kofi da. 132,5 Meter gerade, um einen halben Meter kürzer als Andi Wellinger. Mein Gott, gratuliere, oder? Da ist noch Potenzial, da ist noch Potenzial. Aber ich zeige mir die Gruppe, was da ist.